Wenn jede Minute zählt. Die Mitarbeiter unserer Notaufnahmen sind an 365 Tagen rund um die Uhr für Sie im Einsatz. Nach Ihrer Ankunft nehmen wir eine erste Einschätzung Ihrer Beschwerden vor. Da wir akute und lebensbedrohliche Notfälle sofort behandeln, kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Achten Sie während Ihres Aufenthalts bitte unbedingt auf Ihre Wertsachen. Eine spezialisierte Pflegekraft holt Sie aus dem Wartebereich ab und führt erste Untersuchungen durch. Die Auswertung der Untersuchungsergebnisse nimmt einige Zeit in Anspruch. Im nächsten Schritt werden Sie durch einen Arzt untersucht. Er entscheidet, ob weitere Untersuchungen notwendig sind. Je nachdem, wie viele Patienten vor Ihnen an der Reihe sind, kann es zu Wartezeiten kommen. Als nächstes teilt Ihnen der Arzt Ihre Diagnose mit und bespricht mit Ihnen die weiteren Behandlungsschritte. Wenn Sie die Notaufnahme sofort verlassen können, gibt Ihnen der Arzt einen Diagnosebericht für Ihren Haus- oder Facharzt mit. Wenn Sie in der Klinik bleiben müssen, kümmern wir uns um ein Bett in der entsprechenden Fachabteilung. Wir wünschen Ihnen gute Besserung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017